hallo und herzlich willkommen zum heutigen ja wie soll man sagen deck anbietungs video blablabla tüdelü ja ich habe ein paar themendecks die ich angefangen habe zu sammeln übrig zum abgeben und ja legen wir einfach mal los lange rede kurzer sinn das erste deck ist ein xsaber deck müsste man ja kennen hier so gottom und sowas so da habe ich mal ein paar sets noch zusammen also das bis jetzt von syrkos ist leider nur ein gottoms june habe ich leider keine mehr aber kommt gleich noch eine dabei so ansonsten die ganzen monster sind alles dabei 3 foul troll 3 kobold ritter 3 emma's plate so 3 dark soul also finsterseele so angewohnheit von mir halt ich sag die karten immer auf englisch aber naja ja so dann 3 fullhelm knight ein hamster der ist halt ziemlich gut weil mit dem hamster kann man hier diesen dark soul aus dem deck beschwören verdeckt oder auch enrico wo man im deck hier spielt aber ja meistens spielen hamster und die dark souls hier ja ist ganz gut und ein säbeloch habe ich noch dazu so noch dazu kann ich machen gottoms notruf habe ich jetzt vergessen raus suchen das ist die falle mit der man zwei xs auf dem friedhof beschwören kann wenn man einen offenen xs selber hat die lege ich auch noch drauf ja hier könnt ihr drauf gebote abgeben tauschanfragen also am liebsten halt komplett weil ich habe es halt alles in playstats jetzt zusammen gesammelt so falls jemand das deck halt spielen will ist halt grad ziemlich praktisch ja wie gesagt angebote per pn dann bitte könnt da reinschreiben was willst du für das xs selber deck oder biete so und so viel ich biete meine seele oder keine ahnung so das war schon das erste so das zweite auch ein sehr aktuelles deck ein fairy deck mit drei meister hyperion zwei sendboten der rätsel erde zwei stück zwei erzherrscher christian davon eine englisch eine super so dann heralds des orangen lichts drei stück so herold des violetten lichts zwei stück herold des grün lichts zwei stück so sendboten der schöpfung venus sind zwei aber ich brauche noch eine dabei also wenn einer drei brauchst du auch kein problem die kriege ich schnell bei und drei kugeln natürlich also sind so die den grundbaustein vom fairy deck sag ich mal falls das jemand spielen will habe ich auch zur abgabe hier wie gesagt so auch darauf könnt ihr bieten tauschanfragen schicken ist zur abgabe zack dann nächsten direkt weiter wie man schon sieht ein grabbächterdeck also zwei anwerber ein sperrkrieger ein hellseher ein kanunträger ein fluch wache glaube ich zweimal ja glaube ich das noch zweimal der anführer der grabbächter zweimal dann der wichtigste eine wichtigsten hier kommandant dreimal natürlich abkömmling dreimal 23 mal attentäter glaube ich dreimal sogar teil der toten ist dabei drei stück ein landform kündige attribut zwei stück natürlich dann habe ich das stehle drei und ein ritus des geistes wobei er noch welche braucht ist auch kein problem zu besorgen kommens bekomme ich eigentlich immer ziemlich schnell ran ja das wäre mal das grabbächterdeck das wäre zur abgabe und zum guten letzt kommen wir zum dark world deck typischen dark world sachen halt drei krabber zack snow sind zwei auch hier in dritten zu bekommen ist kein problem falls man braucht ein cirule guru der finsternis und äh bronn bronn äh verrückter könig finsteren welt genau ein pro in rare ein pro in common ein gold silver 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 ich glaube zwei beige genau zwei stück ein scar sperr der finsteren welt dann hier zweimal green taktiker der finsteren welt zwei stück wie gesagt äh was wie heißt der karki genau karki gorilla der finsteren welt zwei stück geschäft der finsteren welt ein super rare zwei kamen so tore eins landformen zugang zur finsteren welt ansteckend auswirkungsvirus deckverwirkungsvirus kräfte der finsteren äh kräfte der finsternis und zwei geistersetzungen so auch hier kein problem wenn ihr noch sagt ich brauche jetzt noch äh ich würde das gerne haben aber ich würde es gerne mit drei toren zum beispiel haben auch die kann ich besorgen kein problem so der grundbaustein von dem deck ist ja schon mal hier alles da ja auch gold und sowas wenn man es nicht hat kann ich auch besorgen wenn er sagt ich will es jetzt komplett haben alles kein problemchen muss doch nur bescheid sagen besorgen ist kein problem so ja auch hier quad bear index angebote per pn könnt ihr anbieten was ihr habt oder was ihr geben würdet wie gesagt das ist dark world deck gravekeeper deck fairy und hier das x saber so wie gesagt diese vier decks habe ich momentan zur abgabe ja sind über und können darauf bieten und ähm ja in diesem sinne wenn euch das video gefallen hat abonniert und liked und ja bis dann dann haut rein und äh hallo tschö